hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von pc version ich will nichts geöffnet oder was ich wollte nein ich wollte gucken schau ins camp camp schutz für die schwachen ja dann machen wir das doch ich kann nichts herstellen okay machen das zweifeln mit einer klappe wir haben die waren nicht erledigt und vorbeigebracht hey sekunde ok ich bin lieber mich ja ich habe erledigt ist da jemand auf dem kanal o'brien bist du das ja ja hier ist o'brien du hast noch ein funkgerät von uns gut okay ich versuche dir zu helfen diese frau zu ich habe sie in den heli gesetzt in der nachdenken ja 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 ich weiß aber zuerst musst du was von mich tun was du willst was von mir achte auf die digital anzeige deines geräts ich schicke dir eine verschlüsselte nachricht koordinaten wir treffen uns dort o'brien worum zum teufel geht es hier treff mich einfach dort in meiner nähe wird es von Euro Soldaten pennen sie dürfen dich nicht sehen oder bei einem Ende ist er nicht tot was 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 wie ist das äh danke ich wollte eigentlich hier fleisch das frisches fleiß frisches fleiß ach ja ne so und so kommen Verdammt noch mal. Verdammt noch mal. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe ein Inventar voll. Den Wolf habe ich schon. Ihn aber noch nicht. Gut, haben wir da ein bisschen Fleisch. Oh, nicht mehr so viel Benzin. Okay. 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 Aber tanken, bitte. Dann mal los. Lertig. Gut. Und weiter. Ist nicht mehr weit. Ach, Walter hier ist schon weg. Ist das hier? Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Ich schätze, ich komme später wieder und räuchere dann die anderen. Warte doch mal. Ich schätze, ich kann das. Das ist gut. Da habe ich noch mal. Das gibt Punkte. Ja. Gut. 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 Also. gut. Gutes Timing. Gut. ist nicht mehr weit ist dass das hier die bäume schöne gegen hier ist noch eine straße dann bleibt mir hier stehen das ist gut das ist gut fahren wir noch ein bisschen weiter rein hier ist es dreh dich nicht um mehr wollte das besucherzentrum ich muss da irgendwie rein ich rieche ein Nest muss ganz in der Nähe sein mach mich fertig ist abgehauen noch ein Nest dann mal los nein das war's für dich ja komm her du auch ja ok ja 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 bam bam Dann! oh mein waffen muss ich reparieren sehr gut ich den schrott da wieder mitnehmen ja schrott sehr schön herstellen ja meine gut was schneit sehr schön ja aber nächster wo sollen denn hier noch nächster sein hallo man da nope eh kitty 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 wo ist denn hier ein Nest ist hier kein Nest die Anzeichen waren da ach ja 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 Auf dich. Okay. Wir geben einen Pizza Hut da, oder was da ist. Eins von drei. Sie lebt noch. Danke für den Tipp. Da oben, oder ist es hier? Gehst du jetzt mal? Da gucken. Ah, das ist verhindert. Geht. 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 Da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Noch eins. Noch eins. Ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Verletza says feelin warm es Tyler haben. Ja. Geht. Geht. Da ist noch eins. Geht. Geht. Ach. Aaaaaah! Aaaaaah! Chw, 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 Chw. Dankeschön. Ich höre einen, aber ich weiß nicht wo. Ich höre einen, wa? Ich höre einen, wa? Oder. Ich höre einen, der Fallen von... ...dunnen. Ich höre einen, der sich verletziiert. Ich höre ein, der sich in Wien am Himmel fielen. Du liebst, weil man im Wiener. kann man hier hoch oder aber ich hab das doch schon das ist irgendwie oben im bad und wc ist alles ok dann ist die küche aber es sieht aus wie das badezimmer ok oh 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 ja 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 Ich glaube, das war's jetzt, scheiß Freakernester. Die Gegend sollte jetzt sicher sein. Ich habe auch keine Bolzen mehr. Ah, okay, das war's schon. Ah, okay, das war's schon. Okay. Gut. Na toll. Okay. Dann können wir uns auch mal heilen. Komm, dann herstellen. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, scheint draußen oder oben zu sein. Immer schön alles voll machen. Ich weiß ja nie, was da kommen mag. Okay. Oh, da hat ich dir im Mund. Gut. 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 Oh, 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 oh. Okay. Gut. Hab ich die alle erledigt? Glaube ich nicht. So. Wir müssen irgendwie... Na ja, ersichtlich. Wo war jetzt der Schalldämpfer? Der neue? Ach, egal. Ja, ich war schlauer wie du. Hab ich mir schon gedacht. Hier runter. Leider nicht. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Ah, hier. Okay. Au! Dann lass uns das ganz schnell machen. So, tanken wir unser Motorrad auf. Tanken auf. Fahre nur zurück. Addy, ich hab das Messer, das du wolltest. Danke, Dieter. Du ahnst ja nicht, wie dringend wir das brauchen. Kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Es hört sich so langsam da ungesund an. Es wird ja auch Nacht, ne? Trotzdem hätte ich gerne noch ein bisschen hingeguckt, aber... ...ob sich das lohnt. Das ist eine andere Sache. Fahne, da ist mir zurück. Immer schön auf Karte aufpassen. Ja, das ist mir wieder zurück. Ich muss ja irgendwo nach hinten halt sein. Ich muss ja irgendwo nach hinten halt sein. Ja, macht auf. Mach auf. Wenn du Ärger machst, blickst du hochkant raus. Ja, ja. Okay. Hey. Oh. Hier ist das Messer, das du haben wolltest. Vielen Dank. Wirklich. Ja, kein Problem. Schamens kann mit von Ihnen abgeschlossen. Plus 300. Sehr schön. 13 Prozent. Verdienter Lebensunterhalt. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich brauche... Oh, ja. Was nehmen wir denn? Schande, die du mit Hergestellten mit von Nahkampfwaffen verursachst. Schade für jeden Nahkampf-Eliminion Ausdauer wieder her. Die Fähigkeit, längere Kompos mit Nahkampfwaffen auszuführen. Ich würde sagen, einmal das nehmen. Genau. Okay. Aha, 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 aha. Okay. Weil... Ich möchte das haben. Weil da kommt wohl noch so ein Riese. Ja. Gut. Ähm... Hey. 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 Hallo. Hallo. Ein paar Hörchen, okay? Ja. Das ist alles, was ich für heute habe. Nur ein paar. Äh, und die Wölfe? Kann ich die nochmal abgeben? Ah, da hinten. Nur zwei Würfe? Ich habe drei getötet. Das war's erst mal. Okay. Habe ich einen selber gefuttert. Wir sind leider noch Stufe Null hier. Ich will ja heute keinen Ärger. Ich mach doch nichts. Tanken ein Bike auf. Alles klar. Okay. Da per Rias. Und Leistung können wir noch nichts machen. Wir sind immer noch Stufe Null. Kein Job verfügbar. Okay. Ja, ich bin am überlegen. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentarttipps und Tricks. Immer, wie ich mich da drüber freue. Und ja, im nächsten Part schauen wir dann, wo und was wir machen. Können wir auch jetzt schon. Ich brauche deine Hilfe. Fahre los, um dich mit O'Brien zu treffen. In Stücke gerissen. Kehr zum Hot Springs Camp zurück. Mit Tucker zu reden. Die Suche nach Lisa. Die Suche in Rock Camp nach Lisa. Rock Camp. Jetzt kommt das Camp zurück. Wir haben so viele Sachen zu tun. Ja, aber erst mal im nächsten Part. Bis dahin. Adios.